Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, zum nächsten Mal und heute. Geht mal wieder an den Start an den neuen D-Shop vom 31. März 2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, jetzt würde ich sagen, wir starten direkt in den Shop und zwar haben wir heute zwei neue Skins. Ja. Den Schamana. Den Schamana. Ja, ich finde den jetzt, naja, es geht. Ich würde den 7 von 10 geben. Ich finde den ziemlich cool, von mir kriegt der 8 von 10. 8 von 10? Gucken wir mal rein. Mach den mal richtig, ich würde mal drehen nach vorne, dass man den mal richtig sehen kann, Alter. Geil. So, gucken wir mal in die Bewertung rein. Da haben wir 4 von 5 bei einem Mord. Wow. Wie viele Reminders? 2. So, dann kommen wir zum Nachthexe. Da mal bitte ranzoomen. Die sieht geiler aus, finde ich. Wow. Ich finde den... Das ist das Rücken. Ich gebe den 9 von 10. Das ist so perfekt für dich. Dieses rosa Bärchen. Kaputt. So war ich vorhin gewesen, so war ich vorhin gewesen, ich schwör's dir. Ja. So. Ja, ähm... Ich gebe da auch 8 von 10. 8 von 10? Mhm. Okay. Dann gucken wir mal in die Bewertung. Und zwar... Oh. 4 von 5 bei einem Wort. User Reminders 11. Mhm. Gut, dann kommen wir zum Mondknochen. Äh, ja. Was ist das? Was soll das sein? Klar. Schwing mal das Teil. 5 von 10. Äh, äh, 6 von 10. 6 von 10? Ja. Okay. Ja, da gibt's gar keine Bewertung zu. Ja. Dann, äh, machen wir weiter mit der Shadow Ops. Die Schattenagentin. Ja, was gibst du denn der? Shadow Ops kriegt von mir... 8 von 10. 5 von 10. 4,37 von 5 bei... 98 Worts und 82 Reminders. Die inzwischen immer besser. Dynamo? Oh, halt! Ey, Leute! Leute, heute... Ich mein, Dynamo kriegt von mir sowieso immer schon scheiß Noten, ja? Also, aber heute, sage ich euch... Hat Dynamo sowas von 0 Punkten verdient, weil ich heute... Sowas hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. In keinem einzigen Mensch, seitdem wir da spielen, hatte ich es noch nie gehabt. 50-50 gespielt. Und irgendwelche Team-Mates von uns haben mich nur noch eingebaut und nur getrollt. Und einer von denen hatte diesen... Ich versuch, familienfreundlich zu bleiben. Diesen ver... Fluchten. Fehlten... Verfluchten. Verfehlten... Das sind auch okay. Verfluchten... Verfluchten... Drecks... Skin drin gehabt, ja? Daran konnte man ihn gut erkennen. Dann hat ihn der Herr sofort später dann zurückgetrollt, ja? Er war der Einzige, der diesen schönen Skin drin hatte. Und wir haben auch diesen schönen Namen rausgefunden von ihm im Replay. Es ist sogar jemand, der Twitch hat. Ja. Ja. Den werden wir uns auch nochmal irgendwann vornehmen. So, aber... Na, Leute, wir könnten es ja vielleicht auch mal in einem Video machen. Ja. So, dann würde ich sagen, 2,64 von... Ah, du hast mir gar kein Motto gegeben. Ich habe auch... Null! Okay, ich gebe einen von 10. Null! 2,6... Null von 10! Ich schwör mir, ich habe hier vorhin alles durch die Gegend geschlossen vor lauter Zorn. Ich war so sauer gewesen. Dann kommen wir zum Wirbelwind. 3,83 von 5 bei 12. Spitzanker. Ich liebe diese Bicke. Neun. 7 von 10. 7 von 10, dann kommen wir mal. 3,64 von 5 bei 4. Abbanger. Oh. Öp. Headbanger. Ritchie. Okay. Was gibst du denn? 10 von 10. 9 von 10. Ich weiß, der ist nicht so beliebt. 3,1,155 bei 12. Aber ich liebe das Teil. Headbanger. Dann kommen wir zum letzten Item, dem Windbrecher. Windbrecher. Das ist dieser grausame 80s-Style. Oh, Pink wieder. Die ganzen grellen Farben. Oh, ich kriege jetzt schon wieder Kopfschmerzen mit. Oh, Alter, nee. Dynamo. Oh, nee. Twitch. Das Ding kriegt von mir auch 0 von 10. Ich finde den schrecklich. Von mir kriegt es 6 von 10. 0 von 10. 0 von 10. Na, von mir kriegst es 2 von 10. 0 von 10. Also heute, ja, sofort hat es beim letzten Video gesagt, ich wäre so freundlich immer momentan mit den Noten, sorry, aber was? Wie viel? 4 von 5 oder 6 Votes. 4 von 5. Oh, Alter. Also wenn es dir das heutige Video gefallen hat, dann lass mal gerne einen Daumen nach oben. Da schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schreibt es nächstes Mal wieder ein. Und vielleicht kriegen wir ja diesen Typen von Herr Gleich, der ihn so getrollt hat. Ich habe gesagt, wenn dieser Typ in real life vor mir gestanden hätte, dann hätte ich meine Faust durch seinen Schädel durchgestampft. Herr Gleich hat auch so etwas tolles gesprochen, er hätte ihn in seinem eigenen PC eingebaut. Ich bin schier ausgerastet vorhin. Vor allem, der hat das so lange gemacht, ja. Ich weiß sogar, der hat dann zwischendrin, haben die kein Material mehr gehabt. Die haben es ja zu zweit gemacht, ja. Kein Material mehr gehabt. So, und wir sind dann in der Zone verreckt wegen denen, ja. Das war dann ganz toll. Mit mir nicht, Leute, mit mir nicht. Wenn er es mit mir gemacht hätte, hätte es immer nicht mehr so ausgesehen, wie das vorher ausgesehen hat. Ja gut, er hätte das mit dir gar nicht machen können. Du hast ihn ja dann später zurückgetrollt. Ja, aber ich sage mal so, Herr Gleich hat sich nicht rauseditiert. Das hättest du machen müssen. Hättest du dich rauseditiert, hätten sie das gar nicht machen können bei dir. Weil sie kann ja nicht in der Ende zurücksetzen. Wenn du editierst, können die nicht editieren. Achso. Es würde rausbauen, ist natürlich keine Option. Okay. Okay, für das nächste Mal weiß ich Bescheid. Für das nächste Mal? Wenn du staubst, willst du auch? Ich. Oder im gleichen Sprach-Chat. Ich habe nur gesagt, dann sind wir nochmal in 5050 reingegangen. Ey, wenn irgendwie durch einen dummen Zufall, wenn die jetzt gerade bei uns im Fill-Up gewesen wären, ich wäre schier ausgerastet. Gleich hätte die ihn so zusammengezogen. Das Mikrofon wäre wahrscheinlich hier zerstört gewesen. Na gut, also. Alter Verlager. Also, wenn es euch gefallen hat, sagst mal irgendwie meinen Daumen oben da, schreib was, wenn du da abonnier den Kanal, dann schreibst du mir mal ein, wenn du das Endmatch-Virologen bzw. Fortnite oder irgendwas. Bis dann rein und tschüss.